Okay, es ist jetzt entscheidend Miradon im Spiel. Ich habe sagen, wir nicht gespielt. Äh, ist jetzt schon laut alles. Ja, kann ich bitte haben? Achso, ich muss jetzt Zicker platzieren. Dumm, aber nur dumm. Oh, wer hat denn das Spiel so laut gemacht, Alter? Ja, was ist das? Ich muss würfeln. Naja. Hier ist okay. Okay. Wieso leckt das Spiel eigentlich so? Ich sage dazu mal nichts. Das ist alles hier irgendwie sehr komisch gerade. Okay. Äh, wir kämpfen auf jeden Fall nochmal eine Runde. Ich kann mir rein und nehmen. Ja, das war mir egal. Hab schon. Kann ich nicht zurück? Ich muss das bestätigen. Ah ja. Ja, danke. Ja, alles. Kann ich... Ja, Lobby, verlassen bitte. Es ist ziemlich laut alles. Ich würde gerne erstmal das Spiel leiser machen. Nein. Kann ich die Sache einstellen? Einstellungen bestimmt. Warum ist denn... Ja, gut. So. Hast jetzt alles, würde ich sagen. Okay, also... Oh, was... Was ist denn jetzt los, Alter? Ich bin hier gerade total überfordert. Mir gibt's ja alles Neues. Eiswerfen, Alter. Was gibt's denn jetzt alles? What the fuck? Bist du viel verpasst? Fakt schon, ja, nicht? Ah, ja, geht schon, ja. Ja, warte mal. Ja, danke. So, was ist das? Ah ja, das Korak sieht nett aus. Das würde ich auch nehmen wollen. Darf ich jetzt nochmal... Darf ich jetzt nochmal... Was ist Abweckerangeln? Ja... Nee, aber warte, ich mag das nicht. Event-Punkte, Alter. Schmutz. Möchte mal... Ähm... Leit-Abo, Alter. Pokémon, seid ihr so billig dran? Was für Lizenzen habe ich denn? Ja, Pokémon, wollen wir doch wissen. Hallo, Kario, natürlich. Wieso habe ich Durak eigentlich nicht als... Ähm... Liebling? Hallo? Durak? Witz du nicht? Ach, Y... Y... Achso, ich kann nur einen. Ah, dann ist das... Ja? Ja, wie viel es mittlerweile gibt es? Italian ist auf jeden Fall eine Katapultreihe, ja? Keine Ahnung. Aber letztes Mal schon mal, weil nicht. Es gibt jetzt... Mewtwo's? Logok, das ist geil, wirklich. Oh, für nächstes. Ich habe echt viel verpasst, muss ich sagen. Ich habe auch gar keine Ahnung, wer Metal ist oder nicht. Okay, ich hätte echt gedacht, es sind mehr dabei im Spiel. Es ist Maskagato dabei, aber nicht Skilokrop. Ja, das ist immer so traurig. Naja, wir wollen ja jetzt kämpfen. Nicht zu viel Menü rumschauen. Auch mal ein Kämpfchen machen. Ich meine, fünf Spieler. Achso. Es ist trotzdem immer noch fünf gegen fünf, okay. Ich bin bereit. Okay, wir haben einen Typen, der hat interessante Kleidung. Ich bin, glaube ich, jetzt mal... Keine Ahnung. Ich möchte als kleines Glomander beginnen und als starkes Glorak aufhören. Ich hasse die Unterbrüte, ich gehe oberen. Okay, wir haben einen Ducario dabei, das ist nett. Sympathischer Typ. Der Dari LP. Die Gegner haben zwei Angreifer. Wir haben gar keinen Angreifer, Leute. Warum haben wir keinen Angreifer? Ich habe es endlich auch mal geschafft, meine Lernkappe reinzustecken. Aber dass wir keinen Angreifer haben, ist natürlich Mist. Was hat die Kabel da für einen Anzug an, Alter? Bestimmt alle rein sucht, ja. Ich kann mir ein bisschen Zeit lassen. Was machen denn die anderen? Und dann gehe ich unten lang. Ruck im Flug. Ja, und du stüpfst nicht, oder? Aumalat! Ach du Scheiße. Taka! Halt das Roxy an! Erfrennt! Wo ist der Gegner? Oh, er hat sich am Weg jetzt scheiße. Ich muss mich zurückziehen! Ui! Citrobera. Aha, Opfer. Laufs nicht. Komm! Besiegt das? Ja, voll. Muss er auch mal abgeben. Ich schaffst du nicht mehr! Ha. Ja. Willst du dich jetzt mal mit dem Mäschchen Klutexor anlegen? Äh, oben? Was machen die oben? Erinnere mich immer. Kannst du vergessen. Ich mach' ich kaum Schaden. Aber die machen das oben schon, oder? Komm mal lad. Ihr brennt! Ich dominier die. Ich bin ein Mäschchen Klurak. Leute, wir schaffen das hier unten alleine, wisst ihr eigentlich, ja? Ihr kümmert euch mal bitte um oben. Und wir machen das hier unten. Ich und... Ich kann das auch alleine unten machen, theoretisch. Und wer ist denn da? Ah, komm mal Läppchen und... Alter. Alter! Was schill? Nein! Wir hören in Sahel, Alter. Mach mal kaputt! Good Night Attacker. Hammer. Okay. Ja, wir haben uns ein bisschen verkackt, aber naja, scheiß drauf. Ich habe Angst, dass die nachher gleich einfach absnacken. Aktuell sieht es gut aus. Wir haben seine verlorene Punkte zu haben. Alter, Leute, was macht ihr denn da oben? Oh mein Gott, wir sind einfach OP hier. Ja, ich glaube, es sieht schlecht aus für uns gerade, aber... Ich muss mal nach oben gehen, das geht ja hier gar nicht. Ah, ja, achso, ich... Double KO. Ja, ich muss jetzt leider zurück. Ich muss oben schützen. Die machen das ja nicht. Dieser Floor kann da einfach durchgehen. Okay, das war ein bisschen fetter Schaden. Weg damit. Gut. Richtig und richtig. Machen wir oben pumpen. Weg mit der Punktezone. Mit dich war ich eigentlich immer noch nicht, aber... Hier sind auch ganz schön krasse Pokémon. Ultra Garia. Keine Ahnung, wie du hießt noch. Ultra... Ultra... Jungster, Jungster. Ich habe auch... Ich habe auch, glaube ich, auch... Schlechte Gegner, weil... Die irgendwie nichts können. Oh, was ist mit dem Falsch, Alter? Was? Sag mal, was hat der gemacht? Was war denn das, Alter? Alter. Also, das war wirklich ein bisschen neuerweise nicht. Scheiße. Das sind deftige Punkte für den Gegner. Komm her. Ich krieg dich. Aber was ist denn mit dem Falsch, Alter? Okay, das war geil. Das war richtig geil. Rügelöki. Das ist schon traurig für die, aber... Naja. Was willst du machen? Ich glaube, der Hälfte des Teams ist auch schon K.O. Komm mal, lad. Wo bist du denn? Ich glaube, irgendwie bist du traurig. Aber naja, was willst du machen? One-Hit-K.O. Nein! Wir haben oben... Äh... Nichts gesehen. Gehe ich hier schneller? Ja, gut. Ja, ja, ja. Ich hab dich schon gesehen. Du machst das jetzt nicht. Hast du schon gemerkt? So nicht, mein Freundchen. Wir hören in der Hälte, Alter. Irgendwas, was dein Leben übrigens wieder erhört. Drei Quaser. Ja, noch mal ein bisschen demoralisieren. Äh, was war das jetzt? Wie haben die so viel abgegeben? Ich glaub, da von den Leuten sind ein paar offline. Perfekt. Ich glaub, Chlorak ist... Äh, na, nicht Chlorak. Ähm, ich bin Chlorak. Ähm. Lucario. Der Lucario spielt das ganz gut eigentlich. Ist stark. Fantastisch! Fantastisch! Weiter so! Weiter so! Der Quaser ist bei uns zu Hause. Ich muss langsam mal... Defenden, Alter. Wir machen hier Punkte! Ohne Ende. Ich kann mich auch... Rayquaser am besten. Äh, nicht Rayquaser. Dieser Knosp. Ah, ja. Du bist da. Das ist eine Spezial-Attack. Okay. Du kannst mich hier drin nicht aufhalten. I'm... Attacking... You. Hat ja ein übelstel Leben, ey. Fünf. Vier. Drei. Oh. Zwei. Eins. Komm vorbei. Ah, das müsste er locker gewonnen haben. Naja, es sollte jetzt mal so ein kurzes Video sein, um zu gucken, was sich so verändert hat. Um Mirai dann zu betrachten. Wir haben locker gewonnen. Ja, ich war MVP, Alter. Mit Abstand. Die anderen hatten keine Chance. Na, der Knackack-Spieler wusste einfach gar nicht, was er damit zu tun hat. Aber auch Lucario war gut, muss ich sagen. Der hat gefallen. Äh, ja. Gut. Es hat sich viel verändert. Die Frage ist, kriege ich jetzt mein... Ja. Mein Mirai-Dor? Wahrscheinlich nicht. Es gibt jetzt EP, oder was? Was war denn das da, Alter? EP? Hm. Es hat sich so viel verändert, irgendwie, aber... Nicht so gut, man bedingt. Es ist alles sehr viel interessanter geworden. Naja. Egal. Kampf-Fass. Den gab's, glaube ich, schon. Aber dafür, dass das Spiel kommt... Äh, was jetzt? Ein Video? Ui, Maskagato und Zubuak. Ja, Maskagato ist krass. Oh, ja, aber nicht. Ich nicht. Ja, da... Achso, er ist da, ja. Weiß nicht, was das da rechts war, aber... Nee. Kann ich mir eine neue Unite-Lizenz holen? Was gibt's denn gerade so? Worauf gab's denn eigentlich Rabatt? Ich weiß aber noch nicht, was das Ex bedeutet. Der Alogok hätte ich gerne. Aber ist sehr teuer. Ich hab' auch kaum Münzen dafür, eigentlich. Oh, warte mal, da hab' ich das... UKB hab' ich... Nee, da... Ach, mit Juwelen. Ja, alter Junge. Nee. Arsch. 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 Arsch einen hier komplett. Bist so teuer? Oh! Das ist... Das ist sexy. Weil ich bin eher der kluge Typ. Kein Lux. Eieieiei. Da bin ich ein bisschen enttäuscht. The fuck, alter. Ich bin doch kein Arbeiter. Oh, das hat alles was. Ja. Ja. Hier gibt's halt nur diese teuren Sachen. Hier und Cosmetics. Wollte ich mir nichts tun. Warte. Wahrscheinlich. Alter, das kostet 2500. Ziemlich verarschen. Wie teuer macht ihr denn eure Preise, Nintendo? Game Freak mein' ich doch. Aber das ist immer noch geil. Kaya Outfits. Kaya Konzert hatte der eine, wa? Kampfkonzert. Ja, das ist alles cool. Ah, 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 ah. Das schafft Bukarion. Weltraum Bukarion. Das sieht echt auch geil aus. Ja, das war, glaube ich, das letzte Mal gespielt hab schon. Sieht aus, die Ohrs. Ich würde es mir erholen, aber es ist halt so fucking teuer. Na ja, das ist... Weiß ich nicht. Nintendo hat halt, äh, Game Freak hat halt die Preise angezogen, als es läuft. Ich frag mich auf, wie lange das Spiel noch... Ähm, na. Da bleiben wird. Ich hätte wirklich keinen Miraldon, aber ich bin mir sehr sicher, dass ich das nicht so lange spielen kann. Das ist jetzt so eine Schmutz-Sache. Eine Schmutz-Mission. Wie lange man auch, äh, das spielen muss, damit man überhaupt was Tolles reichhaltet. Will man noch C-Ru... C-Ru... Ach, keine Ahnung. Ne. Also... War wirklich nur, was ich... Ich hab erst gekämpft. Ja? Hab ich... Hab ich das jetzt? Verhalten. Achso, ja. Ich muss es also noch bestätigen. Ne Box. Miströse. Wow! Das ist geil. Das ist echt geil, dass ich zu viel bekomme. 11.000 kann man sich trotzdem nicht zollen. Na, schade eigentlich. Das war halt wie gesagt, nur mal nochmal so kurz und wieder rein zu schnuppern. Aber es hat mich jetzt nicht vollends überzeugt, dass ich jetzt wieder öfters spielen werde. Es ist mal schön, das ab und zu mal zu spielen, aber muss jetzt nicht zu oft sein. Kleider-Strong? Was hab ich denn da neu ist? Naja. So sieht es... Oh, gerade ein fetter Voice Crack. So sieht es eigentlich am besten aus. Aber das brauch ich gar nicht. So, ja, dann. Äh, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ciao. Bis zum nächsten Mal.